Mein Mann und ich sind gerade unglaublich enttäuscht. Wir kamen am letzten Wochenende von unserem Sabbatical-Jahr in Kanada zurück und wollten den Lysander Ginko von der Gastfamilie abholen. Und er hatte uns fast nicht erkannt. Obwohl wir extra Geschenke mitgebracht hatten, weil er am Wochenende vorher vier Jahre alt geworden ist. Also für meinen Mann und mich stand sofort fest, wir geben den Lysander Ginko nie wieder in die Obhut einer fremden Person. Er wohnt jetzt wieder bei meinen Eltern, weil ich ja wieder arbeiten will. Soll man auch schnell.